Am Dienstag, 19 Uhr, Schlossplatz Berlin im Dialog mit Ulrike Hinrichs. Und zwar Antje von Massenbach. Und einem Gast. Wer kommt denn? Ja, Norbert Röttgen kommt. Das wird, glaube ich, eine spannende Sendung. Er ist ja der Kandidat für den CDU-Parteivorsitz oder einer der Kandidaten, neben Friedrich Merz und Armin Laschet. Also da ist es sehr spannend, wer das Rennen macht. Und er bewirkt sich ja möglicherweise auch um die Nachfolge von Angela Merkel als Kanzlerkandidat. Norbert Röttgen ist sonst natürlich auch noch ein ausgewiesener Außenpolitiker. Ich kann mir vorstellen, es wird auch um Trump und die USA gehen. Ja, er leitet ja den Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag. Er ist ein ausgesprochener Kenner der USA. Er ist Transatlantiker. Und klar, es ist spannend, was er sagen wird über Trump, auch in dieser Corona-Phase. Und wir haben ja auch ein Thema. Trump will ja seine Streitkräfte hier abziehen, hat das sogar in einer Wahlkampfveranstaltung nochmal speziell auf Deutschland bezogen. Also da ist viel Musik. Außerdem nehme ich an, werdet ihr aktuell auch auf das Thema eingehen, Fleisch und Corona, also fleischverarbeitende Betriebe und Corona. Ja, da ist ja der Hotspot gerade in Nordrhein-Westfalen bei dem Unternehmen Tönnies. Über 1.300 Mitarbeiter, die jetzt positiv getestet wurden. Die Tendenz steigt. Und natürlich geht es da um Arbeitsschutz und solche Dinge. Und da wollen wir natürlich auch vom angehenden Parteivorsitzenden, Kandidaten oder wie man das jetzt nennt, wollen wir natürlich wissen, was er davon hält. Und wir wollen wissen, was Sie gerne von Norbert Röttgen wissen möchten. Deswegen können Sie das bei Facebook machen und Ihre Fragen schicken und schreiben. Und ich werde die dann zusammenfassen im Lauf der Sendung. Ulrike wird sie dann mit Norbert Röttgen besprechen. Deswegen, was immer Sie wissen wollen, fragen Sie. Wir freuen uns auf Sie. Ja, 19 Uhr. Also nicht vergessen.